yo leute was geht ab herzlich willkommen zur mittlerweile schon 8 folge von minecraft schnell und einfach heute werde ich euch zeigen wie man schnell und einfach ein höllenportal bauen kann und damit wünsche ich euch viel spaß um in die hölle zu kommen braucht ihr ein höllenportal das sind mindestens zwei mal drei große portale aus obsidian und das obsidian könnt ihr dann quasi anzünden mit einem feuerzeug zum beispiel und so entsteht dann eine verbindung zwischen der oberwelt und zwischen dem meter beziehungsweise der hölle und um jetzt so ein höllenportal zu bauen und das obsidian zu kriegen quasi gibt es zwei verschiedene möglichkeiten und da könnte ich entweder eine diamantspitzhacke schnappen und dann einfach in dem untergrund irgendwo nach lava suchen und dann könnt ihr nämlich einfach wasser über lava rüberkippen das sorgt nämlich dafür dass obsidian entsteht also jedes mal wenn ihr mit wasser quasi auf eine lava quelle ja wasser eine lava quelle berührt dann entsteht eben obsidian und dieses obsidian könnt ihr dann mit der diamantspitzhacke abbauen und auch nur mit der diamantspitzhacke eine eisenspitzhacke würdet ihr halt nicht abbauen können das wäre halt ein bisschen doof und das dauert halt sowieso immer lange deswegen würde ich euch direkt eine diamantspitzhacke empfehlen und die am besten auch noch verzaubern und das bedeutet ihr sucht jetzt im untergrund einfach eben nach entweder einem lavasee oder nach obsidian und baut euch dann mindestens zehn obsidian ab theoretisch reichen zehn aber ihr könnt das ganze portal natürlich auch größer bauen je nachdem wie ihr möchtet aber wie gesagt zehn reicht erstmal wenn ihr jetzt keine diamantspitzhacke habt könnt ihr allerdings auch ein portal machen und zwar gießt man dann quasi dieses portal ich habe eben gesagt dass man auf einen lava quellblock quasi wasser kippen muss und dann entsteht obsidian und das könnt ihr natürlich auch einfach so machen das bedeutet ihr schnappt euch einfach einen wassereimer und dann zehn eimer mit lava und dann könnt ihr halt so eine form platzieren quasi wie ihr denn halt oder wo ihr denn halt das lava rein tut oder die lava rein tut und dann könnt ihr einfach wasser darüber gießen und so könnt ihr dann quasi ein eigenes portal gießen und formen eben je nachdem wie groß ihr das natürlich haben möchte könnt ihr auch mehr lava benutzen und so würdet ihr halt zur not wenn ihr keine diamantspitzhacke habt oder keine diamanten findet auch ein portal bauen können und um dieses portal dann zu aktivieren braucht ihr ein feuerzeug das ist relativ einfach zu machen ihr braucht dafür einfach nur einen eisenbarren und einen feuerstein feuersteine kommen übrigens zufällig wenn man keys abbaut das bedeutet ihr sucht euch einfach irgendwo keys oder gravel und baut dann halt ein bisschen was ab und dann kriegt ihr halt irgendwann einen feuerstein und den zusammen mit einem eisenbarren wie gesagt craften und dann kriegt ihr ein feuerzeug da könnt ihr nämlich einfach zu einem höllen portal laufen rechtsklick machen das portal anzünden und dann habt ihr schon die verbindung zwischen himmel und hölle oder beziehungsweise zwischen oberwelt und der hölle geschaffen bei dem portal könnt ihr natürlich auch noch kreativer werden und das ganze größer machen oder schöner bauen oder irgendwie cool integrieren in eure base oder sowas ich habe allerdings noch ein klein tipp für euch und zwar solltet ihr wenn ihr in der hölle angekommen seid zunächst einmal das höllen portal in der hölle quasi beschützen und zwar irgendwas drumrum bauen einfach irgendwie ein kleines haus oder sowas das muss auch nicht gut aussehen aber hauptsache ist es geschützt denn es kann nämlich vorkommen dass die geister in der hölle die schießen ja quasi etwas was explodieren kann und wenn ihr irgendwas da in der nähe explodieren lasst quasi dann könnte euer portal halt ausgehen und wenn ihr dann kein feuerzeug dabei habt ist das natürlich ziemlich blöd dann steckt ihr quasi in der hölle fest es gibt allerdings ein paar möglichkeiten um trotzdem noch aus der hölle rauszukommen falls euch das übrigens interessiert könnt ihr es gerne mal in die kommentare schreiben dann mache ich dazu auch mal ein video aber es ist halt unnötig schwierig und ihr könnt halt wie gesagt einfach mit cobblestone irgendwie so ein kleines haus drumrum bauen und dann seid ihr halt da auf der sicheren seite oder ihr nehmt halt einfach immer ein feuerzeug mit aber manchmal vergisst man das halt und das ist natürlich dann doof eigentlich war es das soweit von dem tutorial ein portal ist relativ einfach zu bauen und wie gesagt ihr könnt halt kreativ werden wie ihr das ganze irgendwie noch cool bauen können oder was für ein cooles design ihr vielleicht dafür habt das könnte ich vielleicht auch mal als video machen irgendwie zehn coole nether portal designs oder sowas wenn ihr bis hier geschaut habt schreibt mal hashtag portal in die kommentare und dann würde ich sagen sehen wir uns bei einem weiteren video bis zum nächsten mal haut rein und ciao